Musik 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 Hi Captain Guten Morgen! Alles klar? Gute Schwetter Ein bisschen Sprübung Ein bisschen Quellen Ein schöner Tag! Micha, darf ich denn zu dir an Bord kommen? Ja, bitte komm ran! Guten Morgen! Ich schalte dich hinterher! Das ist auch ein Zeug! Hören wir zu! Hier ist ein Feuerlöscher Und vorne ist auch ein Feuerlöscher Ja So, naja dann Leute Auf geht's den Kampf! Velkommen Langlandsbältet, wo es nicht wichtig ist, wenn man fange fisk Es ist auch wichtig, aber es ist das gute Humöre Es ist wichtig Musik 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 Und ich hatte hier sieht aus, als wäre ein bisschen Durs Ja In dem Lok Dann treiben wir bald wieder rüber. Auf gehts! Unterm Boot steht der Pilger richtig. Jetzt hält der. Jetzt hält der. Boah, ich höre. Meiner, super! Danke. Auf die Bucke. Eine macht keine Fotos über. Das ist egal. Nimmst du auch 5 Euro pro Foto? Ich fisch. Ja, wieder einen blanken Kilgast. Und haltet mal aus. Ja, da kommt es nicht. Zwei! Zwei! Ja, der andere kommt sowieso mit. Und ich glaube, du hast die Brillingen. Sieh, was du willst. Ja. Nee, nee, nee. Fast so groß wie ich. Ja. Das ist gut, dass du es da fangst. Ja, der ist gut. Jawohl, wirklich toll! Wow! Wow! Hey! Du hast mich sehen. Ja, der ist wirklich toll. Ja, der ist wirklich toll. Das ist ausstehend gebaut in einem Hafen, der Nüste heißt, und der, der das im Bau gegeben hat, war die Werft in Naxgau. Die hatten das dann für einen Sleppdienst, wenn die Neubauten hatten, die runter auf dem Käh und ins Wasser gingen, wieder zurück und dann sind die ausgestattet worden am Käh. Da war das hier dafür. Dann hat mein Großvater das von der Werft gekauft vor 35 Jahren und als er dann nach 50 Jahren gestorben ist am Krebs, hat mein Vater übernommen vor 30 Jahren und hat das ausgestattet und ist dann angefangen mit Fischern zu fahren. Wie viele Personen passen auf dein Schiff, wie viele Angler? Wir sind ausgestattet für 17 Menschen, aber bezahlen nur 12 dürfen mittragen. Und dann der Rest ist Kuh. Wie viele Stunden bist du so unterwegs jeden Tag mit den Anglern? Ja, 8 Stunden. 8 Stunden. Ja, 7 oder 8 Stunden. Manchmal macht man ein bisschen mehr, wenn Fisch ist und manchmal ein bisschen früher raus. Das ist, wie das Wetter ist. Nein, im Herbst fahren wir jede Wochenende Schollen-Safari. Und das ist immer eine Gaudi. 200 Schollen am Tag. Macht Spaß. Arbeit! Ja, aber nicht erreicht übers Internet. Also www.dross.de Ja, ich habe eine Homepage. Die ist www.dross.de Binnenstrich, Hauptfischkerie, ich habe jetzt die Mütze nicht an, ich habe ja eure Mütze an, aber ich kann das mal holen, wenn man das eingebt, kommt man an und wenn man das ohne WW und ohne DK, dann ist das Facebook. Ja, das kommt davon, wenn man seine rute in den Wasserhälter, dann kommt ein Fisch dran. Eigentlich mag ich das besser für den Fisch. Klar, das ist der OP-Anzug, ne? Ja, das ist von meinem Vater. Ah, und passt. Und, wie viel heute? Zwei. Gut. Wie viel hast du heute? Drei. Ja. Drei. Drei. Ja, ja, ja. Peter, wie wärst du? Lecker. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Schäbst du dich gar nicht? Zeig du mir das mal. Ja. So sieht's aus, nur fünf Stück. Ja, ja. Aber neun habe ich rausgeholt, auch nicht. Ja, ja. Ja, ja. Danke. Genau. Danke. Ja. Danke. Genau. Ja. Prost. 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 Oder so ähnlich. Untertitelung. BR 2018